du bist ein portal und du bist auch ein kanal du bist ein channel du kannst channeln denn laut human design system besteht deine materielle konfiguration aus elektromagnetischen wellen und partikelchen und du wurdest informiert zum zeitpunkt einer geburt aber auch schon davor dass du für eine ganz bestimmte sache da bist kanal zu sein hallo ich bin lüdi und seit 24 jahren beschäftige ich mich als projektorin mit dem trans personalen profil 6 in der persönlichkeitsebene und zwei in der körperlichen ebene damit dieser kanal für das zu sein was human design durch mich in die welt bringen kann und das was ich dir heute sage ist dass du auch ein kanal bist dass du auch dazu da bist deine frequenz und deine informationen für die du kodiert bist durchzusagen das heißt alles was als frequenz als vibration als melodie als wort durch deinen mund kommt und du sprichst es aus wurde es ja vorher schon in deinem kopf gedacht und das wie du denkst wie du programme abrufst und das was du dann aussprichst ist schon mal eine erste moment wo du etwas durchsagt ich muss meinen hund rufen coco komm her in diesem sinne machte mein hund gerade das wofür da ist er ließ den wald hunde lesen mit der nase wir lesen das feld und wir holen uns informationen die dann durch uns zum ausdruck gebracht werden und was ist heute in der welt dran in diesem jahr 2024 wo du aufgerufen bist aufgewühlt bist aus den bahnen geworfen wirst was ist jetzt für dich dran dass du durch dich sprechen lässt der nächste schritt wäre dann das was du aussprichst wie eine zauberspruch wie eine formel in eine materielle sichtbarkeit umzusetzen das heißt in eine interaktion zwischen dir und mir in eine handlung führst in eine manifestation und da gibt es natürlich rauschen und zwar frequenz überlagerungen von anderen programmen von anderen informationen und von anderen handlungen die dich quasi zurückhalten oder so abstellen abstellen im wahrsten sinne des wortes wie wenn du auf den knopf gedrückt bekommst und dann verstummst du und heute möchte ich dir wirklich diesen tipp geben dass wenn du dich mit human design beschäftigen möchtest dann kann dieses bild diese körper grafik die ich da habe diese körper grafik ist eben nicht nur ein bild sondern es ist jetzt auch eine dreidimensionale matrix anders kann man setzt in einer dreidimensionalen ebene nicht darstellen aber wenn man sie im raum zeit kontinuum darstellen können würde wären das frequenz muster und informations muster die durch diese kanäle und portale weil die verbindung von einem energiezentrum zum nächsten wo sich was bündeln kann ist ein sogenannter kanal in dieser sprache ist ein channel auf englisch und das was die channels sozusagen am energiezentrum hier quasi los starten lässt ist die tür das tor das heißt ja auch geht tor du könntest es auch als portal durchschreiten das heißt je bewusster du deinem human design körper grafik bild dich erinnerst wofür deine seele diese manifestation konfiguriert hat oder konfiguriert hat lassen umso mehr umso sicherer wirst du dir sein was du ursprünglich wolltest und mit welcher information du ursprünglich kodiert wurdest das nennt man den seelenplan um das durchzusagen und das zu kanalisieren und dafür channel zu sein und dafür portal zu sein und wir wissen ja heute dass wir abgelenkt werden und diese ablenkung ist eine art frequenzstörung die dir auf viel vielfache weise den weg aus der verwirrung und verirrung so unklar und so als ihr garten erscheinen lässt ich habe mich heute extra in den wiener wald zurückgezogen umher dir quasi aus einem feld wo ich mich sehr gut anbinden kann anbinden heißt nichts anderes ich sitze auf einem baumstamm schon auf einem alten der umgefallen ist der schon verrottet aber es sind immer noch informationen in diesem feld gespeichert ich sitze auf ganz nah auf der erde ich habe meine hände meine füße auf dem erdboden ich kann hier mich in diese grundschwingung zurückholen weil die natur ist sozusagen auch informierend aber sie bietet eine art von reinformation in der stadt in meinem geschäftslokal in meiner wohnung sind so viele nebengeräusche und so viele zusätzliche informationen dass ich den faden verliert dass ich die anbindung verlieren und es braucht eben einen bestimmten grad von bewusstsein oder bewusst seins prozess oder auch rahmen in denen du dich setzen musst oder setzen lernen kannst um dich wieder zu erinnern wofür du kodiert bist ich möchte hier einfach zeigen wie du erkennen kannst durch verschiedene technologische mittel weil ich bin ja immer eine frau die sagt okay macht das was mit mir da macht das nichts was halte ich in der hand das ist ein sogenannter meter messer der elektrische spannung messen kann und zwar hochfrequenz und niederfrequenz wir sind ja hier im wald ich schalte jetzt hier das gerät ein und wir sind hier im wald und ich habe jetzt die hochfrequenz die hochfrequenz ist dadurch angezeigt dass da oben ein licht leuchtet hochfrequenz ist das warum ich hier jetzt auch aufzeichnen oder senden kann weil empfang einigermaßen gut hier im wald ist das heißt auch hier haben wir in einem orangen oberen bereich also schon sehr starke hochfrequente schwingungen dies braucht damit wir ins internet können und dass wir auch online quasi raus können das video zeichne ich ja auf und deswegen habe ich jetzt trotzdem ein wlan nicht abgeschaltet damit ich dir das zeigen kann je näher ich gehe ich habe aber dieses handy auch mit verschiedenen abschirmenden harmonisierenden unterstützenden mitteln versucht diese frequenz sozusagen zu mildern die könnte mich ja stören ich habe auch hier mein bio photonen gerät das quasi informationen in mich einbringt oder auch in der nähe mit den programmen um elektrosmog zu harmonisieren eingesetzt werden kann ich habe auch verschiedene dinge an mir um mich zusätzlich zu schützen wenn ich jetzt hier die niederfrequenz an wähle die zuerst gewesen ist jetzt bin ich nämlich in der hochfrequenz jetzt sehe ich dass nämlich nicht den knopf falsch gedrückt habe jetzt sind wir in dem hochfrequenz bereich das zuerst war die niederfrequenz das heißt das war eigentlich elektromagnetismus magnetismus durch strom durch den stromkreis und jetzt sind wir hier in einem hochfrequenz bereich und du siehst da unten puls und da oben ist dieses jetzt ganz ganz oben das heißt jetzt wird gerade puls ausgesendet und egal wo ich dieses gerät hin halte hier muss irgendwo ein funk must in der nähe sein mitten im wald und auch hier ist natürlich empfang du siehst es ist ganz schwierig für dich als kanal dich immer wieder auszurichten und deswegen wenn du mehr unterstützung in die richtung haben willst wenn dich das interessiert was ich dir da jetzt erzähle dann lade ich dich ein meinem kanal zu folgen und dir noch weitere beiträge anzuschauen wo ich dieses thema epigenetik die umweltbedingungen das umfeld dass deine gene kodiert dass deine gene gene überschreibt dass deine gene falsch ablesen lässt in kombination mit human design system so verbinde dass du vielleicht einen zugang kriegst der dir sowohl eine spirituelle metaphysische weise erlaubt aber auch eine sehr konkrete stoffliche auf einer naturwissenschaftlichen ebene wirkende information darstellt die auch deinen verstand etwas beruhigen kann wenn du dir nicht sicher bist dass wie du dich in dein feld rück erinnerst und wie du die frequenz deines feldes freischaltet also gib mir ein like stell mir eine frage buchte ein 30 minuten gratis klarheitsgespräch und ich würde mich freuen wenn du das video teilst und mir auch einen kanal abo like im sinne von klar geht mir mehr informationen gibst ja